Ich weiß nicht, keine Ahnung. Er hat die größere Nase. Und man sagt ja immer... Ich weiß, was man sagt. Große Nase, großer Geldbeutel. Ja, aber ich finde, Henry Grünler ist unzündig. Darf man sich eigentlich nicht wirklich überlegen? Wie hast du das denn hingesetzt? Ich habe gerade so hingesetzt. Nee, komm, wir setzen uns auf. Aber ich sag euch mal eins, jetzt guckt euch mal jetzt meine Beine an. Das sieht aber hammergeil aus, oder? Jetzt guckt euch mal jetzt meine Beine an. Heidi Trum ist ein Dreck dagegen. Und dann guckt euch mal sonst meine Beine an. Und dann frage ich euch, was wollt ihr sehen? Wollt ihr das? Nur noch von dieser Stellung aus moderieren, oder? Ja, mich sollen die in Zukunft hier reinschieben. Aber da musst du dann in den Gynäkologen-TV oder was die da gerade senden. Nee, Sonja Kraus, finde ich, sieht auch immer so aus. Stimmt, aber die wird, glaube ich, nicht von unten gefilmt, sondern die hat wirklich so lange Beine. Ja, das habe ich mehrfach mich schon davon überzeugen dürfen. Ich bescheide ja immer mit den Füßen, weil der Schuh ist ja halb leer quasi. Wie viel? Was hast du für die Schuhe gründet? Ich habe 36 bis 38. Das ist auch ein bisschen albern, wenn man jetzt irgendwie so... Aber die sind im Vergleich zu meinem Körper... Stell dich mal hin und zieh die Schuhe aus. Dann bin ich auch noch sehr, sehr klein. Aber ich zeige mal hier so meinen Fuß. Also der ist schon sehr klein. Sieht jetzt super aus, weil ich Socken über lackierten Fingernägeln, Fußnägeln habe. Die sind super klein, oder? Ja, ach, es geht. Ja, ich bin halt 70. Und Ringelsocken, wie nett. Ach, die hatte ich ja in der letzten Sendung schon an. Gewaschen zwischendurch. Guck mal. Du hast auch so Minifüße. Ich habe 37. Ich habe 37. Unglaublich. Ja, ich habe 36 bis 38, was echt komisch ist. 36 bis 38? Ja, 30. Ich habe 1,75 bis 1,82. Was ist denn das? 36 bis 38. Das ist... Ja, ich habe 3,75. Auch richtig, weiß ich es nicht.